I can't quite get back of my arms forsaken me Vincent und Christina, Paar08 Die Figur zum Schluss schaut schwerst gefährlich aus, lange geübt, weil die macht der andere nur einmal und dann ist Schluss Das nennt man Freeze, das ist beim Streetdance und beim Breakdancen eine Figur Und die andere Figur wieder mit der Balsambarolle, da bin ich echt extremst begeistert von dieser Figur Es geht wahrscheinlich extrem in den Rücken oder, wenn man sich immer so zurückbögen muss und wieder fahren Möchtest du mal probieren? Ich borg ihn dir Komm, bist schwer Und zwar kannst du mich korrigieren wenn ich falsch bin Sieht man mich eigentlich wenn ich vor ihm stehe oder ihn noch? Ich verstehe oder? Ich bin nicht größer als du Also zeig Machst du so ja? Ja Ein bissel im Plié Also oi Ja Und jetzt Au Perfekt Nett Danke Nett Perfekt